So, dann eine kurze Orgasache zwischendrin. Und zwar habt ihr eventuell gemerkt, in letzter Zeit hatte ich mal wieder ein paar Livestreams gemacht. Inzwischen ist die Technik ein bisschen weiter fortgeschritten und es ist nicht mehr ganz so viel Arbeit. Ich persönlich finde es aber immer ein bisschen kompliziert oder nervig, wenn Livestreams und so normale Videos, die sinnvollere Projekte machen, gemischt sind. Deswegen bin ich jetzt hingegangen und habe einen separaten Kanal für Livestreams gemacht. Das heißt, wenn ihr weiter Livestreams gucken wollt, dann guckt mal da irgendwo da so in den Ecken. Da wird irgendwo so die Infobox sein, sonst unten in der Beschreibung. Da könnt ihr diesen Livestream-Kanal abonnieren. Ändert sich im Prinzip nichts. Die sind immer noch unregelmäßig. Einfach nur, wenn ich Zeit habe, irgendwas gerade am Basteln bin, was zu klein ist, um ein Video draus zu machen. Ja, dann kann es sein, dass ich mal andrehe. Also kein fester Sendeplan oder irgendwelche Themen. Ja, wenn es euch interessiert, rüber. Ansonsten, hier geht es weiter wie immer.